Musik 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 Und zu uns, einwohnern sie zwei Fasseln, ganz einfach. 50er Fasseln! Der ist Schlager. Servus. Die Unternehmer-Freunde Englitz-Dorf haben uns eine Grill- und Pull-Challenge 2018 gehandelt. Ich will jetzt was machen. Ja, passt. Ja, passt. Sehen wir's? Die Unternehmer-Freunde Englitz-Dorf haben uns eine Grill- und Pull-Challenge 2018 gehandelt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und im Endeffekt kein Bier für euch. Und weil wir heute drauf sind zu nominieren, als erstes nominieren wir mal die Puchidus Sankjörn. Jawoll! Prost! Ich hab kein Bier. Als zweites Vespa-Club Vespisti Vecicani. Jawoll! Und als drittes Segel-Club Sankjörn der Gusen. Jawoll! Das ist das Wichtigste. Ihr habt jetzt sieben Tage Zeit, dass es auch erfüllt. Wir bestellen gar nicht aus einem Bier, sondern eine Grillerei für 30 Leute. Und spenden dann natürlich auch was. 100 Euro an die Kinderkrebs-Hüfe. Und jetzt geben wir alle fleißig von. Jawoll! Fug! 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 Hey! Fug! Mann. Mann. MannMAN! Dürft nicht? Nein, ich hab's. Ich mach nicht so viel. Jetzt? Ja, jetzt. Wir kommen wohl wieder da. Das nächste Mal geh ich auf ein Bier, bevor ich noch mal einschliessen werde. Das machen wir mal lieber. Wir wollten sagen Danke, liebe Poolbesitzer, für den super tollen Pool. Ja, bitte. Wir gehen nicht schick in die Restaurants und knabbern vornehm an Hummerschwänz. Wir duften nicht nach Odetolet, bei uns schnuppern. Der Badmann tut dir's Kettenfett. Wir halten Riesen über Berch und Tal. Stoppen kann es nur ein Begrenzungsfall. Dengel, 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 Dengel. Weinhard wie ein Rackett. Weinhard wie ein Rackett. Fertig. Wirschl sind auch schon fertig. Ja, wir müssen zum Prost. Was ist der Hunger-Gesene-Bappen, oder was? Ja. Ja, das ist der vierte Fuß. Ja, das ist der Hunger-Gesene-Bappen. Ich hab' das. Ja, das ist der Hunger-Gesene. 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 Also, äh, zwei Fuchziger-Fasseln hätten wir euch eigentlich schon besorgt gehabt. Aber wir haben sich dann doch einmal angeschlossen, dass wir ein Video dran haben, also kein Bier für euch. Deine Masse jetzt doch. Danke firewall... Du musst sagen, dass ich es jeder mit keinem thứ B лич sind wir Wärtsens für dich Vielen Dank.